Do ragazzo della Viaglub Gesundheitsreporterin Charlotte Carlinda unterwegs in Bella Italia. Die Farm L'Olivo di Monte Cavallo, ganz im Süden der Toskana, ist das heutige Ziel von Charlottes Gesundheitsausflug. Ich glaube gesünder als in mediterranen Ländern wie Italien kann man gar nicht Urlaub machen, denn hier wächst ja etwas, was als das Geheimnis für ein langes Leben in Gesundheit gilt. Und das ist klein und grün und man kann daraus ganz tolle Dinge machen, mit denen man auch kochen kann. Und ich treffe eine deutsche Ärztin, die hier nach Italien gezogen ist, die biologisches Olivenöl anbaut. Vor zwei Jahren haben sich hier Judith Bildau und ihr Mann Roland mit ihren Kindern und vielen Tieren niedergelassen, um sich ihren Lebenstraum zu erfüllen. 750 Olivenbäume, die sie ausschließlich ökologisch bewirtschaften, gehören mit dazu. Wichtigstes Erzeugnis ist ihr eigenes Olivenöl. Charlotte, wir brauchen nicht nur Olivenöl, sondern wir brauchen dieses native, frisch gepresste Olivenöl. Da gibt es tatsächlich noch mal wahnsinnige Unterschiede von der Qualität her. Das Besondere am kaltgepressten Olivenöl extra ist, dass es ausschließlich in einem mechanischen Prozess und ohne chemische Zusätze gewonnen wird. Deshalb bleiben hier die vielen wertvollen Antioxidantien erhalten. Eine Flasche kaltgepresstes Bio-Olivenöl gibt es in Deutschland schon für unter 10 Euro. Sie helfen dem Körper allgemein gegen auch Alterserscheinungen, Alzheimer. Es gibt Studien tatsächlich zu dem Olivenöl, zu dem extravergine Olivenöl Alzheimererkrankungen. Es hilft gegen Atheosklerose, also die Gefäße, Diabetes, Herzinfarkt, Schlaganfälle und so weiter. Das wissen wir alles. Und antioxidativ ist es einfach, es fängt die freien Radikalen ab. Das heißt, wir sind geschützt vor Infektionen, vor Infekten, Entzündungen allgemein. Und das ist das Tolle an dem Olivenöl. Wir können mit ganz einfachen Mitteln ganz viel für unsere Gesundheit tun. Olivenöl gehört zu den ältesten Lebensmitteln überhaupt und wird nur im Herbst gepresst, wenn die Oliven reif sind. Jetzt im Sommer nimmt man sie am Baum kaum wahr. Hier sieht man schon die Oliven, die bald entstehen, nämlich in ganz kleiner Form. Da, das sind die Sporzen. Das wird mal eine Olive, die zu Olivenöl wird. Was wir jetzt ja dringend nochmal klären müssen, ist die Frage, die mir ganz viele Zuschauer immer stellen. Nämlich, darf man nun mit Olivenöl braten oder nicht? Das ist auch eine wichtige Frage. Also wir unterscheiden ja einmal zwischen dem nativen, kaltgepressten Olivenöl und dem raffinierten, dem nicht natürlichen Olivenöl. Und tatsächlich ist es so, dass bei dem ganz natürlichen Olivenöl bei Temperaturen über 180 Grad nicht so gesunde, giftige Stoffe entstehen. Ja, es ist schon so. Deswegen, da, wenn man wirklich brät, frittiert und so weiter auf hohen Temperaturen, da lieber das raffinierte Olivenöl nehmen. Ansonsten immer das Extraverdiene. Beackert wird der Olivenhain übrigens hier ganz klassisch. Mit dem Trecker. Keine Chemie. Doch zum gesunden Leben gehört auch... Okay. Okay, und? Wie lauft? ...die Bewegung. E-Bike ist ja das neue Fahrrad, so sagt man. Und man soll ja im Urlaub auch gerne mal was Neues probieren. Und dann deswegen mache ich das. Ich habe es nämlich noch nie gemacht. Und jetzt denkt man ja, E-Bike, das ist gar nicht gesund und sportlich. Aber nix da. Meine ersten Schritte kommen jetzt. Premiere für Chandort, die noch nie auf einem E-Bike saß. Geht das von alleine los? Nee, du fährst. Du fährst Fahrrad und du kannst da diese eine Taste drücken. Geht doch. Und schnell spürt die Gesundheitsreporterin den besonderen Reiz des E-Bikes. Ohne Treten geht ja nichts. Aber das Schöne am E-Biken ist, dass es viel sanfter ist. Ja, das heißt auch für Menschen, die nicht so eine gute Kondition haben oder gerade krank gewesen sind, Asthma haben oder Long Covid, für die ist das ein toller Einstieg, weil es nicht gleich so überanstrengt. Auch in der Gruppe fahren wird einfacher. Abgehängt wird hier keiner mehr, denn die Stärke des Motors kann reguliert werden. Die Kosten pro Tag liegen zwischen 25 und 60 Euro. Es ist auch ein Supersport für Faule, weil man dann auch mal längere Strecken mit dem Fahrrad zurücklädt und nicht immer das Auto nimmt. Zum Beispiel, wenn der Bäcker im nächsten Ort ist, würde man sonst immer sagen, ah, ist ein bisschen weit für Fahrrad. So ist man mit dem E-Bike gut dabei. Denn Bewegung ist der Schlüssel für ein gesundes Leben. Der Urlaub ist dabei die perfekte Gelegenheit, es wie Charlotte einfach mal auszuprobieren.